Liedermacher braucht eine Botschaft. Spira, wo ist die Botschaft? Irgendwie mache ich das eigentlich gar nicht so sehr, um Botschaft drüber zu bringen. Ich mache das, um meine narzisstischen, unfüllbaren Becken mit euch erleben zu dürfen. Aber vielleicht, vielleicht, wenn ich eine Botschaft haben muss, dann ist es die, seid gut zu euren Kindern. Für alle großen und kleinen Kinder. Sie sind der Anfang und das Licht, doch wir sehen es nicht. Sie sind das Wort, das niemals bricht, doch wir verstehen es nicht. Sie haben Herzen, die begreifen jede Hand, die ihr geht und öffnen sich dem, der sich zeigt und ihnen Liebe gibt. Sie sind das Wasser und die Kraft, doch wir beugen sie. Die Kraft, die neues Leben schafft, doch wir beschneiden sie. Doch wer sie bricht, der wird in ihnen seinen Schatten sehen. Jedes Kind braucht einen Engel, der schützt und der es hält, der es schützt und der es hält. Jedes Kind braucht einen Engel, der es aufhört, wenn es fährt. Sie sind der Boden, der uns trägt, doch wir belächeln sie. Das Grün, das aus den Zweigen schlägt, doch wir zerbrechen sie. Sie sind die Zukunft, doch wir sperren ihre Träume ein. Und wir bauen um ihre Herzenbauern, stein auf stein. Jedes Kind braucht einen Engel, der schützt und der es hält, der schützt und der es hält. Jedes Kind braucht einen Engel, der es hält, der es hält, der es hält, der es hält. Jedes Kind braucht einen Engel, der es hält, der es hält, der es hält, der es hält. Und wir bauen einen Engel, der es hält, der es hält. Und ich habe mich sehr gered. Alles Liebe. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.